willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ich bin heute mal auf meinem handy unterwegs das hat auch einen ganz ganz bestimmten grund denn ich will euch so ein paar kleinere informationen geben und habe eigentlich gedacht das eine oder andere wäre ein cooles feature gewesen wie zum beispiel hier in der schnellausbildung kann man nämlich an an einigen geräten hier so rein und raus so ich hatte eigentlich gedacht ist ein feature ist aber gar kein feature denn es gab ein optionales update das habe ich noch habe ich noch nicht gemacht glaube ich und es gibt natürlich einige informationen zur wm ihr seht das hier noch drei tage also wir haben ja heute mittwoch den ganzen mittwoch noch den ganzen donnerstag den ganzen freitag ja eigentlich nicht freitag fängt das ganze spektakel an und ich bin am sonntag ja auch vor ort ich treffe mich dort mit dem skylife coc wie das ganze von statten geht hat er auch in seinem video erklärt das verlinke ich euch oben mal in der in der infokarte und wir haben also und discords auf unseren disco server oder auf meinem disco server einen kleinen kanal erstellt der heißt ganz ganz schlicht hamburg dort werden sicherlich bilder gepostet dort werden fahrgemeinschaften gefunden was auch immer keine ahnung aber so dass wir wenn denn das finale gewesen ist wie irgendwo vielleicht noch was nett essen trinken gehen und vielleicht treffen wir uns da also wir werden jetzt nicht durch die ganze stadt da düsen und immer so eine schnitzeljagd raus machen oder sowas aber ich würde mich natürlich freuen wenn ich den einen oder anderen dort auch treffe abseits des turniers oder im turnier und im optionalen update allerdings gab es richtig was cooles muss ich sagen gab es richtig was cooles alle häuptling und sogar ein deutsch wir haben gerade ein optionales update gemacht also truppen die du eine schnellausbildung erstellt werden nur in der reihenfolge ausgebildet wie du sie festlegt das finde ich richtig richtig gut das hat mir schon immer abgenervt aber man kann jetzt hat man kann nach wie vor nicht ich sag mal ein bogey ein golem ein bogey ein golem das geht leider immer noch nicht aber immerhin schon mal ein kleiner fortschritt es wurden fehler behoben beim betrachten der profil anderer spieler richtig die hatten nämlich plötzlich die ganzen erfolge alle fertig obwohl sie sogar nicht fertig hatten bei dem labels nicht angezeigt wurden ohrenturm okay das habe ich jetzt nicht so so bemerkt absturz habe ich auch nicht gemerkt ich meine sachen liefen immer einwandfrei durch mit dem es möglich war ach so das war dies hin und rein und raus gesungen okay der die textgröße der klar beschreibung wurde erhöht dass wir auch gut um das lesen zu erleichtern danke auch verschiedene kleine fehler sollte man in jedem fall machen das mit der mit dem clan ist mir auch schon aufgefallen das ist echt mal richtig klein und ich musste auch schon immer so gucken damit ich überhaupt da ein bisschen was lesen konnte aber in der schnellausbildung muss ich sagen ich nutze die schnellausbildung ihr seht das ja hier war es bisher immer so das heißt wenn ich ein golem als erstes wollte dann und hab den hier reingestellt dann ist immer die truppe die kleinere einheiten oder plätze hatte also sagen wir mal ein bogey ist immer nach vorne gerutscht das soll nach dem update behoben sein so dass der golem auch wirklich nach vorne rutscht und auch wenn ich hier zum beispiel einen ich nehme an schweinereiter nehme der hat weniger platz zurück vor den golem und nehme hier wieder ein bogey und ist er natürlich wieder davor und so geht das ganze spektakel hier nämlich weiter das machen wir mal nicht ich würde sagen ich mache kurz mal das optionale update und dann sehen wir uns nach kurzem cut wieder ok sind wir fertig sieht genauso aus wie vorher das spiel allerdings sind diese kleinen sachen die ich jetzt eben erklärt habe tatsächlich weg also man kann jetzt nicht mehr scrollen bzw so mit den mit den fingern und wenn man jetzt hier etwas in die schnellausbildung reinpackt also ich finde es wirklich wirklich cool ich möchte den golem zuerst haben und dann den bogenschützen oder dann die bogenschützen dann kommen die auch genauso raus wenn ich jetzt allerdings noch ein golem nehme dann steht dann natürlich da oben der zwei aber immerhin finde ich ist das schon fortschritt und ihr seht ja auch ich nutze die schnellausbildung immer ganz gerne welche welchen namen man da dann immer auch auch immer nimmt im moment event armee ich muss noch nach wie vor das event spielen mit den mit den mit den königsgeistern und habe hier mal ein ck sui lalun also auch so dann hat dann hat da hat man die truppe immer mal kurz mal verparat umbauen kann es dann ja immer noch wenn sie laufen aber finde ich schon mal ganz gut und dass man jetzt wirklich tat tatsache man kann die klaren beschreibung besser lesen finde ich sehr sehr gut also ich muss mich jetzt nicht mehr verbiegen und mir fünf brillen aufsetzen bevor ich das dann alles lesen kann hier sondern das geht sogar von hier aus und und auch wohl die die ganzen sachen im profil bzw wenn man jetzt auf clans glaube ich geht und klaren suchen dann sieht man hier auch die ganzen profile mittlerweile die gesetzt wurden also auch das ist am kommen einige haben es halt noch nicht gesetzt da war der klaren die da halt noch nicht bereit das ganze an der stelle zu machen aber ich muss mal eben schauen klaren zu lesezeichen der klaren deutschland ist übrigens auf im moment gibt es nur drei mitglieder ich habe den einfach mal aufgelassen habe ich ganz verpeilt dass man dort die klaren spiele spielen kann also wer lust hat hier in den klaren reinzukommen mit kleineren accounts einfach die klaren spiele spielen wenn wir genug sind mal und ck in der zeit und habe ich habe ich verpeilt euch das mitzuteilen über einen community tab wollte ich das eigentlich machen auf youtube aber irgendwo ist es dann an mir vorbeigegangen ich habe auch die letzten tage nicht wirklich viel geclashed denn ich habe natürlich so ein paar absprachen getroffen was hamburg angeht was wir machen was kommt was geht und so weiter und deswegen war ich auch gar nicht so fett in meinen dörfern hier drin hier kann ich auch mal den uhrenturm anschmeißen um mir meine tages gems abzuholen weil zumindest ist der stumpf immer da den anderen stumpf vermisse ich im moment noch muss ich ein ticket für aufmachen glaube ich denn eigentlich kann man hier mal zwei sachen absammeln aber was hier fertig ist hurra ich habe die schweine gleiter fertig und ich will die mal ich weiß nicht ob ich die probieren soll oder kann keine ahnung ich weiß nämlich nicht wie man mit denen vorgeht aber egal ich habe die jetzt nicht umsonst wochen lang gemäxt damit ich jetzt gar nichts tun und aber ich habe das schon mal in einem video gesehen bei anderen dass ich mit meiner kampfmaschine irgendwie wohl den die clan book bekommen muss was natürlich ganz schön schwierig ist da muss ich erstmal rankommen dass das die dann gleich auch zu mir kommen und da geht der inferno bzw der test schon mal kaputt aber die bombe da muss auch kaputt gehen und ich muss vor allen dingen an die kleinen bogenschützen hier kommen sonst machen die mich nämlich fertig was natürlich ein bisschen dusselig wäre also muss ich die jetzt erstmal weg bekommen kann dann aber schon mal etwas weiter hier meine gleiter hier spam und habe schaffe ich die alle okay ich habe ich glaube ich habe die gepackt an der stelle allerdings packe ich nicht mit meiner kampfmaschine okay ich packe da jetzt nicht die meisterhütte ich weiß gar nicht wie das wie das jetzt funktionieren soll die gehen ja auch dann erst auf die meisterhütte glaube ich wenn das alles weg ist oder jetzt habe ich ja nur noch drei also ich glaube das nur noch mal üben ich glaube das muss ich noch mal so ein bisschen bis nach der stelle üben wie das geht oh gott oh gott oh gott 30 prozent ich glaube wir schaffen ja nicht mal einen stern die müssen ja die gesamte die gesamte defensive da weg weg prügeln und das wird ja noch ein bisschen dauern allerdings ist aber da ist noch der giga tesla shit 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 geht ja doch den lava launcher machen sie noch er wolle den kriegen sie noch und den giga tesla schade die nicht mehr das ist ärgerlich denn er hat ganz ganz wenig trefferpunkte eigentlich 47 prozent okay das üben war sicherlich noch mal da nicht mal den tagesstern hier rein bekommen für den pass 72 halte falte da muss ich das muss ich wirklich noch mal üben ich glaube da gucke ich mir erst mal ein schickes video zu an und ich habe den pass aber auch endlich fertig und habe ich hier auch den alten klapprigen hier jetzt durch den möchte ich auch ganz gerne wechseln denn ich finde einfach die animation ist sowas von gelungen wenn dem der arm abfällt und auch wenn der jetzt nur auf seiner hier sich hier sieht man das jetzt nicht aber wenn man jetzt glaube ich drauf klickt auf ihnen dann nimmt er seinen ganzen schädel ab und ich glaube wenn er dann auf der platte liegt dann sind da immer so zwei skelett hände am boden also finde ich auch sehr sehr schick animiert was auch an mir vorbeigegangen ist oder nicht nicht ganz sind die clanspiele also ich bin wirklich wirklich spät ran weil wenn man ich habe glaube ich einen tag den torsten jetzt wirklich nicht nicht gezockt ich habe nur ein bisschen gespendet das dass ich hier auch jetzt mal endlich mit den clanspiel anfangen was ich sehr gut finde ist bei 4000 also man kann 4000 punkte machen und man muss sogar die maximale punktzahl erreichen damit man aus einem tier hier hinten noch eine zweite belohnung auswählen kann also müssen jetzt alle irgendwie 4000 machen ich hatte eigentlich ich hatte mir ist etwas anders vorgestellt dass man ich sage mal maximal 4000 machen kann und ab 3000 kriegt man schon dieses dieses x hier so dass ich nicht jetzt alle alle müssen jetzt eigentlich 4000 machen damit sie zwei sachen rausziehen können ich denke einige haben schon an hier auch noch nicht okay dann können wir hier aber sicherlich mal mit anfangen gucke mal was für uns eigentlich raussuchen können nicht in duellen tut mir leid in duellen okay in duellen ich überlege gerade wie das die legend spieler mit ihren acht angriffen machen aber die brauchen dann halt viel nachdorf viel nachdorf geschichten drei sterne es zählen nur die sterne in den ersten 60 sekunden acht stunden zeit dafür hier unten müssen wir drachen nehmen ein bisschen dunkles sammeln 5000 das kriegen das klingt glaube ich und dann machen wir das auch klaren krieg muss ich auch noch zwei angriffe machen also ich bin hier im moment wirklich wirklich super super spät was diesen account hier zumindest angeht den einen und die anderen habe ich etwas vermehrt gespielt und es sollte ja eigentlich etwas weniger die lupe hier geben vor allen dingen in titan ich bin jetzt noch nicht ich bin ja weder in legende noch bin ich in titan ich bin ein champ 1 glaube ich und hab hier trotzdem eine kleine lupe naja ich würde sagen die lupe skippe ich euch aber okay der sieht ganz gut aus ich habe jetzt ein bisschen gebraucht zum suchen mal sehen ob der irgendwas in der clanburg hat da ist schon mal nichts drin und dann kann ich hier meine meine königsgeister hier so ein bisschen reinbringen ich wollte mit der armee glaube ich auch im ck angreifen ich weiß die ist im moment ziemlich lame was so ck angriffe angeht aber ich meine da macht es auch dem mittel zum zweck dass man mit mit der event armee etwas tut in einigen anderen sachen sowie in der wm zum beispiel da sind die ja mittlerweile glaube ich das nicht verboten das heißt dort darf die truppe nicht genutzt werden finde ich eigentlich auch in ordnung denn irgendwann weiß man ja gar nicht mehr wie man wie man eigentlich klassisch angegriffen hat hier so dass wenigstens noch so ein bisschen skill durchkommt ihr seht das hier dass mein königsgeister jetzt schon am rathaus ist und ich glaube ich brauche nicht mal großartig mehr um die jetzt hier rein zu bringen ich mal sehen wie viele hits die machen müssen die verbrauchen ja jetzt schon immer eine kleine zeit bis zum rathaus zu kommen aber die packen das hier nicht ganz okay dann wird es halt der nächste packen dann macht es halt der nächste 152 habe ich noch und dann kann ich irgendwo anders meine karre jetzt einsetzen plus die anderen geister hier beziehungsweise den nehmen wir mal hier da ist das rathaus schon mal geschichte und ich glaube hier holen wir noch mal ein bisschen den flächenschaden weg mal sehen ob wir hier nicht noch ein bisschen an den an die adler artillerie kommen und da muss der der muss dort weg der muss da weg und dann war es das auch dann können wir hier reingehen jetzt muss ich mal eben schauen von wo ich hier am sinnvollsten jetzt mit der karre reingehe wenn wir immer hier von hier mit der karre rein nehmen unsere helden hier mit und nehmen hier den worden müssen wir erstmal ein paar kleine skelette jetzt machen und dann gehen die jetzt da erstmal rein also ist schon ziemlich schon eine ziemlich lähme geschichte hier muss ich sagen mit den mit den mit den geistern aber mittel zum zweck oder der zweck heiligt die mittel oder wie heißt das immer der zweck heiligt die mittel und dann gehen wir hier jetzt richtung flächenschaden in diese base rein hier nehmen wir kurz mal den fries die müssen jetzt eigentlich nach innen gehen das machen sie auch meine karre fährt ja ja die karre fährt natürlich da richtig weit rein okay und jetzt habe ich natürlich kein fries mehr für ganz ganz hinten ist aber glaube ich nicht ganz so schlimm das müssen vielleicht noch meine meine helden irgendwo packen guck mal an jedoch da macht er das doch dann haue ich die eben mal raus und wo müssen die jetzt noch hin hier hinten hin okay sieht ganz gut aus so kann man es machen und der hatte jetzt aber keine kleinbuch war auch noch nicht so stark aber egal wir haben hier aber ich glaube wir brauchten 5000 5000 naja ok dann muss ich halt noch einen angriff machen das ist aber nicht ganz so tragisch wir bauen die in jedem fall noch mal nach finde ich ganz gut und dann gucken wir mal in aktuellen ck rein was hier so bisher geschah meine base ist auch schon angegriffen worden hat diesmal zwei sterne nur kassiert aber der gegner hat hier glaube ich schon einen angriff mehr an die haben noch kein dreier mehr als wir irgendeiner muss er eben gedreiert haben ich gucke mal der zackl waren auf 17 mal sich mit welcher armee mit hochradern ok mit hochrader und dann wie hat er das denn eigentlich geregelt ich habe den angriff ja noch nicht gesehen der war jetzt vorhin kurz ich nehme jetzt am mittwochmorgen mal für euch auch ist auch eine komische zeit für mich aber da ich mich gestern extrem früh ins bett gelegt habe und habe den ganzen tag wirklich kein mal clash of clans sein lassen bin ich auch zu nichts gekommen deswegen habe ich heute auch erst mal meine ganzen clients abgedatet habe gedacht jetzt musste das optionale update ja auch mal machen und dann habe ich noch nicht alle devices gehabt also so funktioniert aber ganz gut und erst mal das rathaus hier geholt mit killsquad und auch die die clan burg hier da unten tänzelt natürlich noch eine queen rum ich bin mal jetzt muss gerade mal gucken okay da sind noch packers dabei im killsquad gewesen die sich jetzt die queen holen und die bogenschützen queen macht hier jetzt das die clan burg noch weg alles klar adler geht auch noch down alter falter kriegt er hier viel mit seinem killsquad raus und jetzt kommen hier erst die ganzen hocks rein donnerwetter das war natürlich heavy drei heilzauber noch okay und die haben jetzt ein schönes passing hier die schweinereiter hier ist keine defensive außen so dass sie immer nach außen gedrängt werden jetzt troll tesla auf drei uhr okay das kommt euch sicherlich irgendwo bekannt vor ist nämlich ein klarname und aber auch der glaube ich ist an der stelle dann nicht mehr ganz so schlimm bei der masse an schweinereiter hier die er hat und noch immer noch ein heilzauber mal sehen den wird er jetzt wahrscheinlich am bombenturm jetzt noch mal nehmen jawohl nochmal bombenturm denn dort haben wir noch mal eine heftige falle und auch den die doppelkanone hier hinten feuert ja schon nicht schlecht die macht dann einen hock nach dem nächsten aber das ist alles nur noch jetzt einzelfeuer das heißt also auch der troll tesla hier auf drei uhr ist jetzt gleich geschichte also cool gemacht hier und hier schon mal clean up finde ich sehr sehr gut kobolde im klarkrieg ist bei uns erlaubt zum clean habe gar keine frage und es gibt keine truppe die schneller hier die messer wetzt als die kleinen kobolde oder goblins genannt und schön gemacht hier von zackl waren also so kann sie in jedem fall weitergehen ich muss auch noch angreifen ich hatte mir den ich glaube die nummer 15 habe ich mir markiert stimmt das aber die hat sich der tors markiert den werde ich in jedem fall heute morgen da machen ich hoffe die folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen also nochmal den zu den zum clash of clans world cup ich bin am sonntag da treffe mich dort mit dem sky wenn ihr dann da seid und uns mal ein bisschen mit uns schnacken wollte oder was auch immer dann werden wir das über den discord bekannt geben wo wir derzeit gerade so rumlungern also das wird jetzt nicht weit von der location weg sein denke ich mal und dann können wir uns vielleicht noch einen schönen tag in hamburg machen mal sehen es würde mich in jedem fall freuen ich bin auch wirklich mal gespannt was da so was da wie wie abgeht und würde sagen habt einen schönen mittwoch bis dahin euer toto ja